Es hieß, Sie seien im Ruhestand. Ich will antworten. Sie haben unser aufrichtiges Beileid. Ist Ihnen diese Person bekannt? Da ist ein Mann, Evgeni. Er unterminiert die westliche Demokratie. Stand Ihre Frau in Verbindung mit ihm? So ist jetzt! Hat Farah dir was gegeben vor ihrem Tod? Ein erfülltes Leben. Ein Zuhause. Was, wenn alles, was wir über Farahs Tod wissen, falsch wäre? Weißt du mehr als ich? Das ist eine Ahnung. Ich hasse es, wenn du die kriegst. Sie haben mal gesagt, ich sollte für Sie arbeiten. Jetzt möchte ich den Spieß gern umdrehen. Seien Sie bereit. Sie sind kein Greenhorn mehr. Sie waren der Chief of Station im Balticum. Wenn du ihn aus der Reserve locken willst, sorg für Aufruhr. Du weißt noch, wie das geht. Oder, Ben? Nur wenige haben Thera so gut gekannt wie du. Wir bringen das zusammen zu Ende. Ihre Frau hatte immer ganz erlesenen Geschmack. Wieder zusammenarbeiten ist wie in der guten alten Zeit. Die Welt hat sich geändert, Ben. Wir sind jetzt wieder Feinde. Wir waren niemals keine Feinde. Ich mache sie fertig und dann begrabe ich sie. Wie heißen Sie? Ist das wichtig? Ich kenne gern die Namen der Menschen, die ich umbringen werde.